Er kommt aus Frankreich und ich liebe ihn, meine Damen und Herren, Ampers, mein guter Freund, Applaus für Amatia! An der E-Gitarre, heute Abend, Fabian von Fraud! Und am Schlagzeug, das ist der Älteste der Band, und er heißt... Felix Magelko! Felix Magelko! Felix Magelko! Dominik! 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 Warum? Dominik! Dominik! 곡! Das ist noch eine andere Gangstunde.